Und wie war's? War's? Das Leben. Unsere Gesellschaft ist nicht apathisch, wir wollen leben. Du wirst von deinem Hass verzehrt, du willst Rache. Ich hatte die Hoffnung, eines Tages, wenn es zusammenbricht, würde das Volk des Ministeriums stürmen die Archive im Besitz nehmen. Für freien Zugang, für Gerechtigkeit sorgen. Schlimme Zeiten, in denen das Vaterland die Talente seiner Söhne verschleudert. Aber wir, wir leben noch. Für wenig Arbeit, bist du taub? An den Haaren mit dem Boden geschleift. Den Kopf. Wer hat dich bezahlt? Den Kopf gegen die Wand. Mach's Maul auf, du. Nee, mit der Faust. Konstantin, ich verstehe dich nicht. Gemäß den vorgenommenen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Staatssicherheit keine weiteren Informationen über dich zusammengetragen hat. Was sprittst du noch? Vergiss es und lebe. Ich habe nie etwas getan, nur weil es meinem eigenen Vorteil diente. Und darauf, ja, darauf bin ich stolz. Ja!